Ich will mich da um andere Lager kümmern. Na, ihr habt es noch mit Aufklärung. So wie es aussieht. So, okay, dann sagen wir mal wieder so den ersten Nekromanten an. Oh, darf hier jemand nicht näher kommen? Stehe bereit. Alles klar. Sie sind überall. Oh. Für die Macht, Nordsch. Und ja, da fällt mir gerade noch was ein. Wir brauchen auch noch mit Titanen. Oh, der kommt nah ran. Oh, der ist tot. Oh, jetzt kommen Angriffswillen. Zu euren Diensten. Verstärkt die Deckung. Um, alles kaputt machen. Sie sind überall. Das kitzelt. Haltet durch, Männer. Feindlicher Angriff. Komm zu Rumpf, komm. Schließt die Reihen. Au. Feindlicher Angriff. So, du beschwerst noch ein Bär. Die Rune befiehlt, um ein bisschen Bärkampfkraft hier zu haben. So, gleich haben wir unsere Aria für unseren Titan. Gut. Noah macht uns stärker, Meister. So, Nahrungsproduktion steht. Okay. �r Öyle,áh! Hö, Gott! Hö! Hö! Ja, Steine haben wir keine mehr. Lasst uns kämpfen. Jetzt machen wir erstmal die 10 Nekomanden voll und dann bilden wir ein paar Kriegsherren aus. So, 20 Kriegsherren, 30 Nekomanden sind zuerst mal mein Ziel. Das kann aber auch eine Weile dauern. Wobei 20, 10, 10 ist wahrscheinlich die beste. Wie gesagt, das hier mit den Ressourcen ist ein bisschen doof. Vor allem, weil hier wieder die Aria-Verteilung komplett für... ...kompletter Mist ist. Zwei Becken haben fast gar kein Aria, das dritte ist voll bis zum Gehtlicht mehr. Oh, jetzt kommt hier unten noch der erste Angriff. Noah macht uns stärker, Meister. Ja, ihr habt mich beschworen. So, noch zwei Nekomanden, dann kommen erstmal Kriegsherren. Bis wir genug... So war das eigentlich nicht gedacht. So war das zoppelt und dreifahrtig gedacht. Um Ball ist kaputt machen. Schließt die Reihen. Schließt die Reihen. Schließt die Reihen. Verteidigt euch. Also ich habe hier unten weniger Probleme. Sie sind überall. Und ich habe auch keine zwei Angriffswägen gleichzeitig. Zu Befehl. Feindlicher Angriff. So, letzter Nekromand. Und dann mal... ...ein paar von denen hier. Während... Oh ja, jetzt kommt schon mal wieder gut Nahrung rein. Weil die Pilze reif sind. Ja, ich glaube, ich habe die Pilzfarbe zu dicht am Haupthaus gebaut. Aber das ist, glaube ich, auch egal. Die Kriegsherrenerweiterung habe ich bereits, ja. Ich habe eigentlich alles, bis auf die Hexenmeister. Ja, jetzt sind wir... Ich habe mich halt. So, Geistes. Nahrungs-, äh, nächstes Bevölkerungs-Upgrade. Nächster Abholz. Zurück! Sie sind überall! Schließ die Reihen! Um beides kaputt machen! Feindlicher Angriff! Oh, hier unten sind's dieses Mal vier sogar. Um beides kaputt machen! Schlaft sie zurück! Die Rune ruft. Noch klappt aber alles ganz gut. Hey, halt doch still! Haltet durch Männer! Feindlicher Angriff! Zurück mit euch! Vorsicht! Verteidigt euch! Kämpft! Ja! Haben wir gut zurückgeschlagen! Nehmt bei! Du setzt mal hier den Wegpunkt für den Fall, dass nochmal ein Hero drauf geht! Ja! 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 Ja, die Forschung habe ich für die. Wenn also ein Dom Mann stirbt kann ich jederzeit... Also kommt er um Mitternacht wieder zurück. Und ja, ich muss erstmal gucken, dass ich das Lager hier auslösche, dass ich nicht mehr von hier angegriffen werde. Und dann muss ich gucken, dass ich hier oben die Lager auslösche, dass ich ein bisschen Druck von meiner Verteidigungsposition hier nehmen kann. Verstärkt die Deckung! Au! Feindlicher Angriff! Komm zu oben, komm! Ich könnte die ersten 5 Hellboxen dann mal machen. Auf! Sie sind überall! Hä, halt doch still! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Hier kommt auch wieder eine 4er-Truppe. Halte durch, Männer! Komm zu oben! Schlapp sie zurück! So, ein Havoc noch und dann heißt es, so, die Nahrung haben wir bald. Äh, ja. Und da ist schon das Problem. Die zwei können jetzt fast nichts mehr arbeiten, weil der, das Becken da leer ist. Oder fast leer. Bei denen da unten dasselbe. Noch nicht ganz so heftig. Zurück mit euch! Zurück mit euch! Zeit zu sterben! Zurück mit euch! Schlagt sie zurück! Feindlicher Angriff! Okay, letzte Havoc und Upgrade. Zurück mit euch! Tschüss! ich